Bei Markus Lanz saß gestern Christian Dürr von der FDP und ich finde es schockierend zu realisieren, wie wenig sich die Lenker unserer Staatsfinanzen, was die FDP gerade de facto ist, wie wenig sich die Lenker unserer Staatsfinanzen mit den Staatsfinanzen auskennen. Die einfachsten Fakten nicht auf die Kette bekommen und Christian Dürr von Berufswegen, ein Diplom-Ökonom, sitzt hier bei Lanz und entblößt seine Unwissenheit und es ist atemberaubend. Die deutsche Staatsverschuldung mit zur Zeit 66 Prozent glücklicherweise fallen. Wie viel Geld ist das ungefähr? Wir haben ungefähr eine Billion um den Dreh. Schulden, ja. Das ist aber nicht die ganze Nachricht. Jetzt wird es ein bisschen schlechter. Ja, das ist natürlich falsch und ich finde, das ist keine kleine Sache. Also den Schuldenstand Deutschlands, den kannte ich wahrscheinlich schon mit 14, 15 Jahren, weil ich in Berlin immer an der Schuldenuhr vorbeigegangen bin. Hier haben wir also, wie gesagt, einen Diplom-Ökonomen, einen FDPler, der gerade maßgeblich darüber entscheidet, wie Deutschland seine Finanzen managt und er kennt diese Zahl nicht. Jetzt wird es ein bisschen schlechter. Wir haben das Problem, dass wir einerseits die direkte Staatsverschuldung haben. Das sind die vorhin genannten 66 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und auf der anderen Seite haben wir eine indirekte Staatsverschuldung. Das ist die versteckte Staatsverschuldung in den sozialen Sicherungssystemen, die wir haben. Und wenn wir die mit dazu rechnen würden, Frau Herrmann, dann liegen wir bei einer Schuldenquote, je nach Rechenbeispiel, es gibt unterschiedliche, das gebe ich zu, liegen wir bei einer Schuldenquote von eher 160, 170 Prozent. Und dieses Argument, das er hier bringt, ist extrem unehrlich und verzerrt einfach die Realität. Also er sagt, die Schuldenquote von Deutschland, die jetzt immer so in den Medien genannt wird, ungefähr 60 Prozent, die sieht zwar im internationalen Vergleich sehr niedrig aus, aber die versteckten Schulden, die implizite Schuldenquote, die liegt bei 160, 170 Prozent. Nämlich, wenn man zukünftige Ausgaben, die wir jetzt schon versprochen, aber noch nicht geleistet haben, mit einbezieht. Also Pensionszahlungen, Renten und solche Sachen. Wenn man die sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart holt, dann ist die Schuldenquote plötzlich bei 160, 170 Prozent. Aber der große Denkfehler, es ist kein Denkfehler, es ist ein wissentlicher Fehlschluss, der hier geführt wird, um unsere Situation schlimmer darzustellen, als sie tatsächlich ist. Das ist nämlich der große Fehler, die zukünftigen Ausgaben auf die heutige Wirtschaftsleistung zu beziehen und auf die heutige Inflationsrate zu beziehen. Aber zwischen heute und in 50 Jahren gibt es hoffentlich Wirtschaftswachstum, BIP-Wachstum und vermutlich wird es Inflation geben, heißt Geldentwertung. Das heißt, diese zukünftigen Schulden haben dann in 50, in 100 Jahren eine ganz andere Bedeutung. Die absoluten Zahlen haben eine ganz andere Bedeutung, als sie es heute hätten. Und deswegen ist es einfach unredlich, zukünftige Schulden auf heutige Inflations- und Wirtschaftsdaten zu beziehen. Und sie machen es, um eine Nebelkerze zu werfen und zu sagen, ja, nein, wir können uns nicht noch weiter verschulden, denn tatsächlich sind wir schon ungefähr so stark verschuldet wie die USA, relativ gesehen. Und jetzt will ich eins feststellen. Ja, der Staat muss investieren, zum Beispiel in seine Infrastrukturen. Die gute Nachricht ist, wir tun das. Die Investitionsquote, also der Anteil am Haushalt, wo wir echt investieren, in die Infrastruktur, beispielsweise die Autobahn und so weiter und so fort. Da geht die Investitionsquote, seitdem Christian Nittner Finanzminister ist, nach oben. Also der Anteil der Investitionen am Bundeshaushalt ist nach oben gegangen. Wie hoch ist denn der? Aber die Investitionsquote zurzeit, jetzt erwischen Sie mich auf dem kalten Fuß, ich habe sie gerade nicht. Ich kann ganz viele zahlen, aber die habe ich jetzt spontan nicht parat. Auch das ist extrem unangenehm, dass er diese extrem wichtige, relevante Zahl der Investitionsquote Deutschlands nicht kennt. Und auch die Behauptung, die er hier aufstellt, nämlich zu sagen, also seit Christian Lindner im Finanzministerium sitzt, sind die Investitionen stark gestiegen, die Investitionsquote geht nach oben. Diese Behauptung hält leider überhaupt keiner Überprüfung stand. Wie sehen die Fakten aus? Man kann die Investitionsquote anhand zweierlei Kennzahlen messen. Erstens die Investitionen im Verhältnis zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, steigt das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands und steigen die Investitionen im gleichen Maße, dann haben wir keine Steigerung bei der Investitionsquote. Ja, stärkere Wirtschaft, stärkere Investitionen, aber beides steigt gleich stark. Das ist keine Investitionsoffensive. Und wir sehen hier in den Zahlen, dass genau das der Fakt ist. Das heißt, die Investitionsquote stagniert. Sie steigt nicht an. Ich glaube, was er hier aber meint, ist die Investitionsquote bezogen auf den Staatshaushalt. Also von allen Staatsausgaben, die der Staat in einem Jahr tätigt, wie viel davon sind tatsächlich Investitionen? Hier sieht es leider genauso erschreckend aus, wenn er uns hier weismachen will, dass eine Steigerung von 0,1 Prozent der Investitionsquote jetzt also die von der FDP versprochene Investitionsoffensive wäre, dann muss ich leider sagen, dass er die Zuschauer hier für komplett dumm verkauft. Frage, wie viel ist echtes Investment? Was investieren wir wirklich in Infrastruktur, in Eisenbahn, in Brücken, in Digitalisierung, in all die Dinge, die wichtig sind? Wie viel? Also die Summe, ich habe, sehen Sie es mir nach, Herr Lanz, ich habe die genaue Summe, wir sind jetzt auch gerade bei dem Bundeshaushalt 24 neu zu beraten, wie Sie wissen. Ich kann es Ihnen aus dem Kopf jetzt leider nicht sagen. Aber Sie sind doch die FDP. Ja, die exakte Summe habe ich jetzt, sehen Sie es mir bitte nach. Ungefähr. So ehrlich muss man sein, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ungefähr. Wir haben, ich habe es doch jetzt schon gesagt, oder? Ich will es mal verstehen, wenn Sie sich doch mit der Zukunft beschäftigen. Ich will da gerade darauf hinaus, Herr Lanz. Und ich arbeite mich gerade so stark an der FDP ab, weil ich von der FDP persönlich einfach stark enttäuscht bin. Ich war als jugendlicher Mitglied bei den jungen Liberalen, bin dann irgendwann wieder ausgetreten, nachdem ich realisiert hatte, dass weder in der Jugendorganisation noch in der FDP an sich irgendetwas von diesen liberalen Ideen, von den wirklich liberalen Ideen, die ich so mit mir rumtrage, dass da überhaupt nichts vorhanden ist. Und dass auch die Parteistrukturen einfach den Weg versperren, da irgendetwas realistischerweise zu verändern. Als dann aber die Ampelkoalition an die Macht kam in Deutschland, da war ich, ehrlich gesagt, optimistisch. Ich weiß, viele von euch waren von Beginn an pessimistisch und haben damit gerechnet, dass uns diese Koalition ins Chaos stürzt. Ich war optimistisch, weil ich dachte, ja, natürlich gibt es eine riesige Lücke zwischen den Positionen, den teilweise sehr linken Positionen der Grünen und der SPD und der FDP. Aber es gibt auch, dachte ich, große Schnittmengen und den Willen zur Veränderung, einen digitalen Staat, einen schlankeren Staat, einen Staat, der vermehrt auf Bildung setzt und diese Dinge und eine Transformation unserer Wirtschaft lostritt, ohne die Wirtschaft ins Chaos zu stürzen. Ich war der Auffassung, das ist mit der FDP und den Grünen möglich. Nun, wie sich die FDP derzeit darstellt, es ist ja nichts davon umgesetzt worden. Weder kam die Cannabis-Legalisierung, noch gab es einen nennenswerten Bürokratieabbau. Die Verhältnisse für Selbstständige haben sich nicht verbessert. Es ist ja nichts passiert. Die FDP tut sich nur dadurch hervor, dass sie auf der Bremse steht und Dinge verhindert. Jetzt streicht Christian Lindner die Aktienrente zusammen, obwohl ja die Aktienrente also ein maßgeblicher Schlüssel wäre, die riesigen Probleme, die wir im Staatshaushalt haben in Bezug auf die Rente zu lösen. Denn jeder dritte Euro, den ihr bezahlt von eurem Gehaltszettel oder wenn ihr selbstständig seid von euren Einkommenssteuern, jeder dritte Euro fließt in die Rente zusätzlich zu den Rentenzahlungen, die ihr eh schon leistet. Also es ist gigantisch dieses Problem und Christian Lindner sagt, ja also wir haben jetzt gerade ein bisschen Finanzprobleme. Schritt eins, Aktienrente streichen. Es ist unglaublich. Wir haben die Cannabis-Legalisierung nicht. Wir haben keines der tollen, großen Projekte, die von der FDP angekündigt wurden, ansatzweise jetzt vorliegen oder zumindest mal auf den Weg gebracht. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, bei den Grünen, okay, geliefert wie bestellt. Bei der FDP muss ich sagen, unwählbar, unwählbar und es war das letzte Mal, dass ich bei der letzten Bundestagswahl mein Kreuzchen an dieser Stelle gemacht habe. Ich weiß nicht, wo ich das Kreuzchen zukünftig machen werde, solange es keine radikalen Änderungen in dieser Partei gibt. Und so Pfeifen wie der Dürr bei Land sitzen und diese Partei nach außen repräsentieren, weiß ich auch nicht, ob man sich da noch wundern sollte, angesichts dieser horrenden Wahlumfragen, die die FDP derzeit erlebt. Das hat nichts mit der grünen Politik zu tun. Ich glaube, die Wähler können sehr gut unterscheiden zwischen, was machen die Grünen, Heizungsgesetz und so weiter und was macht die FDP. Ich glaube nicht, dass es da sozusagen Effekte gibt, dass die Grünen jetzt die FDP mit runterziehen, wie es eure Meinung ist.